Die Natur. Was macht die Natur so besonders? Man vergisst all seine Sorgen, was auch immer man macht, zum Beispiel spazieren gehen. Man lernt etwas über die Natur und auch die Tiere und natürlich auch über die Pflanzen. Jetzt wollen wir etwas über den Naturschutz erzählen. Der Naturschutz ist dafür da, für die bedrohten Tiere, dass man einen Platz hat. Photosynthese und natürlich auch Entspannung. Photosynthese ist von CO2-Wirtsauerstoff. Also das, was für uns alle Lebewesen sehr wichtig ist.